Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an Ihren Bildschirmen, am Computer, am Tablet oder am Laptop zum ersten Webinar der Fachgruppe UBIT Niederösterreich in diesem Jahr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die UBIT Niederösterreich hat sich entschlossen, zur Wissensvermittlung ein neues Format einzusetzen und wir werden daher im Laufe dieses Jahres noch fünf weitere Webinare organisieren und wir werden uns das so aufteilen, dass für jede unserer Berufsgruppen je zwei Webinare vorgesehen sind, also wir werden für die Informationstechnologen zwei Webinare machen, für die Unternehmensberater und natürlich auch für unsere Buchhalter. Ich darf jetzt schon ankündigen, für die Informationstechnologie wird voraussichtlich im Oktober dieses Jahres das zweite Webinar stattfinden und dieses Seminar wird zum Thema Haftung, Gewährleistung und Schadenersatz speziell für Informationstechnologen sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das heutige Live-Webinar widmet sich dem IT-Kollektivvertrag und hier haben wir uns insbesondere auf zwei Themenschwerpunkte konzentriert, die von hoher Praxisrelevanz sind. Zum einen geht es im ersten Block darum, um die richtige Einstufung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Warum das so wichtig ist, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und im zweiten Teil, im zweiten Block, werden wir uns um diese sehr spezielle Ist-Gehaltsregelung im ITKV beschäftigen. Ich freue mich, hier in unserem Studio einen Experten begrüßen zu dürfen, ein langjähriger Mitarbeiter des Fachverbandes UBIT in Wien, ein ausgewiesener Spezialist im Bereich des ITKVs. Ein herzliches Willkommen an den heutigen Experten, an den Magister Rolf von Wietz. Herzlich Willkommen, Herr Magister und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir sozusagen in die Sache eintauchen, vielleicht noch einige kurze organisatorische Hinweise. Ich hoffe, Sie können uns sehen und Sie können uns vor allem auch hören. Sie haben die Möglichkeit, über den Chat, den Sie eingeblendet sehen, auch Fragen an unseren Experten zu stellen. Wir haben uns entschieden, dass wir nach dem ersten Themenblock die Fragen, die Sie via Chat haben, dass die uns eingespielt werden und wir auf die eine oder andere Frage, vielleicht können wir nicht alle Fragen beantworten, dann eingehen werden. Sollte es der Fall sein, dass während dieses Webinars der Ton ausfällt oder die Leitung unterbrochen ist oder eben auch, wie erwähnt, dass nicht alle Ihre Chatfragen beantwortet werden, keine Sorge, wir werden dieses Webinar selbstverständlich aufzeichnen. Das heißt, Sie können dieses Webinar nachsehen und als ganz besonderen Service bieten wir Ihnen auch, dass Sie die Fragen und die Antworten unseres Experten dann auch nachlesen können. Geben Sie uns dazu bitte sieben Werktage Zeit. Das heißt also, nächste Woche wird das alles online gestellt, sowohl die Nachlese als auch die Nachschau. So, dann würde ich meinen, nachdem wir die organisatorischen Fragen hier geklärt haben, würde ich sagen, wir gehen in Medias Res. Wir beginnen mit dem mit dem ersten Themenblock, nämlich der Frage der richtigen Einstufung der Mitarbeiter. Und ich habe das vorher erwähnt. Warum ist das von hoher Praxis Relevanz? Herr Magister Hitz, es schwebt ja über den Unternehmen so eine Art, ein Damokles-Schwert, Stichwort das Lohn- und Sozialdamping-Gesetz. In aller Kürze gesagt, wo liegt da der Hund begrafen? Ja, also es ist sicher notwendig, dass wir mit diesem Punkt beginnen, weil das ist eigentlich der Grund, warum wir uns so intensiv auch mit der Einstufung beschäftigen sollten. Neben vielen anderen Gründen kommen wir dazu. Aber was hat sich geändert? Das Lohn- und Sozialdamping-Bekämpfungsgesetz gibt es ja seit vielen Jahren. Es hat aber eine massive Verschärfung seit dem Jahr 2015 gegeben, mit der Konsequenz, dass ich hier schon im strafbaren Bereich drinnen bin, bei der Unterschreitung des arbeitsrechtlichen Entgeltes nach Gesetz oder Kollektivvertrag. Das heißt, im Gegensatz zur Vergangenheit haben wir bereits bei einer falschen Einstufung, bei einem Überstundengrundlohn oder Zuschlag, den ich vergessen habe, bei Sonderzahlungen, die ich nicht korrekt ausbezahlt habe oder bei so Themen wie Zulagen, Zuschläge nach dem Kollektivvertrag, ein potenziell strafbares Verhalten nach diesem Gesetz gegen die Unterentlohnung. Welche Konsequenz hat das? Eine sehr unangenehme Konsequenz, denn dieses Gesetz bietet einen extrem hohen Strafrahmen für die Behörden. Es beginnt bei 1000 Euro pro Arbeitnehmer und geht hinauf in Fällen, wo ich quasi Wiederholungstäter bin, wo es mehr als drei Arbeitnehmer betrifft, auf eine Strafzahlung von bis zu 50.000 Euro pro Arbeitnehmer. Wie kann ich mich dagegen schützen? Einerseits natürlich, indem ich jetzt aufmerksam dieses Webinar verfolge und dann alles richtig mache. Andererseits, wenn es mich erwischt, Straffreiheit bei vollständiger Nachzahlung und gleichzeitig, wenn ich nur geringfügiges Lohndumping begangen habe, da spricht der Erlass dazu von einer Grenze von 10% der Unterschreitung oder wenn bloß leichte Fahrlässigkeit vorliegt und wann liegt die vor? Wenn ich etwa von den Sozialpartnern eine falsche Auskunft erhalten habe oder eine andere Interpretation oder eben selbst eine vertretbare Rechtsansicht für die Abrechnung, für die Einstufung vertreten habe. Das ganz kurz zusammengefasst, gäbe es natürlich noch Unmengen zu sagen, der Verweis bitte auch auf die Seite wko.at, wo Sie noch eine Vielzahl an Informationen zum LSDBG im Detail finden. Warum, um das noch einmal zu betonen, ist es hier auch so wichtig, Stichwort Einstufung habe ich schon gesagt, Stichwort ist die Erhöhung. Das sind Themen, wo man wirklich ganz tief drinnen sind in dieser Thematik. Ja, vielleicht dürfen wir noch erwähnen, bei diesem Thema der Straffreiheit, das waren ja tatsächlich mühsame Verhandlungen, dann auch mit dem zuständigen Ministerium, wo sich dann die Wirtschaftskammer hier durchsetzen konnte und diese Möglichkeiten der Ausnahme der Bestrafung ermöglicht hat. Sie haben erkannt oder gesehen und gehört von den Ausführungen von Mag. Hitze, es ist ein Thema, diese richtige Einstufung der Mitarbeiter, denen man wirklich große Sorgfalt, wo man große Sorgfalt walten lassen sollte und diesem Thema sollte man auch Aufmerksamkeit schenken. Jetzt gehen wir sozusagen in Medias Res noch einmal die korrekte, es geht um diese korrekte Einstufung und der Frage, wie ist denn dieser Kollektivvertrag aufgebaut? Ich darf da mit einem ganz grundsätzlichen Schema beginnen, nämlich mit dem Schema des IT-Kollektivvertrages inklusive hier in dieser Grafik der Mindestgrundgehälter. Wie man sieht, relativ schlanke Struktur, wir haben bloß fünf Tätigkeitsfamilien und der große Unterschied zu vielen anderen Kollektivverträgen, bloß drei Vorrückungsstufen. Also Sie kennen vielleicht andere Kollektivverträge, die dann immer wieder Biennal-Trienalsprünge drinnen haben, das haben wir hier nicht. Grund ist, dass der Kollektivvertrag ja ein relativ junger ist, also Anfang der 2000er wurde der erst geschaffen. Die ursprüngliche Idee von der Verteilung war, dass man sagt, im Bereich der IT, die Spezialisten sind primär in der ST1 einzustufen und nach links bzw. rechts geht dann die Kurve herunter, also abgeflacht nach ATZT bzw. ST2 und Leitung. Unsere Erfahrung aufgrund unserer Abfragen ist die, dass die Mitarbeiter tendenziell zwar schon in der ST1, aber auch mit einem sehr starken Bauchrichtung ST2 mittlerweile eingestuft sind. Ob das stimmt, das werden wir jetzt gleich erheben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben nämlich auch ein Umfragetool eingerichtet und da bitten wir Sie, dass Sie teilnehmen. Ich darf die Regie nun ersuchen, diese Fragen einzublenden. Ich darf Sie ganz kurz vorlesen. Ich hoffe, Sie können es lesen. In welcher Tätigkeitsfamilie haben Sie die meisten Angestellten beschäftigt? In den zentralen Tätigkeiten, allgemeinen Tätigkeiten, speziellen Tätigkeiten, speziellen Tätigkeiten 2 oder in der Leitung. Wenn Sie es nicht genau wissen, macht das auch nichts. Wenn Sie es nur sozusagen überhaupt einmal einschätzen, wo haben Sie die meisten Beschäftigten in Ihrem Unternehmen eingestuft. Warten wir ab, ob das, was Sie vorausgesagt haben, wirklich stimmt. Es ist natürlich immer eine gewisse Unschärfe möglich. Die Abfragen, die wir haben, sind österreichweit, wo es regional natürlich große Unterschiede gibt. Und auch große Unterschiede von der Größe der Betriebe. Also tendenziell in Betrieben, die kleiner sind, schaut es anders aus als in größeren Betrieben. Aber ja, für mich immer wieder spannend, so etwas zu sehen. Gut, jetzt sehe ich, dass Ihre Prognosen stimmen. Ja, das beruhigen. Eigentlich so, wie man sich das erwartet hatte von der Grundkonzeption des Kollektivvertrages. Ja, vielleicht ein bisschen überraschend ist, dass man ganz unten, ganz oben nichts hat. Also eindeutig die SD1, wo die meisten Mitarbeiter beschäftigt sind. Herr Magister, jetzt im KV sind auch einige Beispiele, was die Einstufung anbelangt, angeführt. Wie gehe ich es jetzt an? Wie beginne ich jetzt mit dieser Einstufung? Also die Beispiele sind natürlich in der Praxis eine große Hilfestellung, wenn man muss einräumen, die Einstufung birgt große Schwierigkeiten oder stellt die Firmen vor Herausforderungen. Bitte aber Vorsicht, die Beispiele, die Sie im Kollektivvertrag finden, sind nicht zwingend. Wir kennen zwar Judikatur aus anderen Kollektivverträgen, wo irgendwann das Höchstgericht gesagt hat, gut, weil es genau als Beispiel im Kollektivvertrag drinnen steht, muss ich meine Mitarbeiter so einstufen. Bitte lassen Sie sich aber in konkreten Verhandlungen dann nicht verunsichern, wenn der Mitarbeiter sagt, ich habe hier eine Liste an Tätigkeiten und genau diese eine Tätigkeit finde ich etwa in der SD1 oder in der SD2 aufgezählt. Diese Beispiele sind, das wiederholt sich jetzt das Wort, aber so steht es auch drinnen, sind beispielhaft. Das heißt, ich orientiere mich grundsätzlich an den abstrakten Beschreibungen und an den sonstigen Einstufungsregelungen. Sowohl, also eigentlich in jeder Tätigkeitsfamilie, da gibt es keinen Unterschied zwischen ZD oder Leitung oder den Stufen dazwischen. Wir schauen uns jetzt ja gleich diese verschiedenen Tätigkeitsfamilien im Detail an. Sie haben vorher, gerade zum Schluss noch erwähnt, diese Vorrückungsstufen. Was hat das mit diesen Vorrückungsstufen auf sich? Die können wir insofern gerne an dieser Stelle schon vorziehen, weil ich hier mir etwas leichter tue, wie ich mit den Vorrückungsstufen umgehe. Der Kollektivvertrag kennt, um das noch einmal zu wiederholen, insgesamt drei Vorrückungsstufen, nämlich die Einstiegs-, die Regel- und die Erfahrungsstufe. Und dabei geht es darum, erstens um die Anrechnung von Vordienstzeiten, zweitens um die Verweildauer in so einer Vorrückungsstufe. Bei der Anrechnung von Vordienstzeiten ist es so, dass der Mitarbeiter mir Vordienstzeiten nachweisen muss. Das heißt, er muss mir Zeugnisse bringen, Arbeitspapiere etc. aus denen ich als Arbeitgeberbetrieb dann wiederum den Schluss ziehen muss, in welche Vorrückungsstufe ist mein Mitarbeiter einzustufen. Die Herausforderung für sie ist, dass sie die früheren Tätigkeiten analysieren müssen, dass sie sagen müssen, wo würde ich den Mitarbeiter fiktiv im IT-Kollektivvertrag einstufen, selbst wenn das ein anderer Kollektivvertrag war, und wie viele Jahre sind hier tatsächlich anzurechnen. Drei Jahre kann ich maximal in der Einstiegsstufe bleiben, weitere vier Jahre maximal in der Regelstufe. Bitte große Falle, große Vorsicht, Anrechnung von Vordienstzeiten ist zwingend. Also da sind wir wieder ganz tief drinnen im LSTBG, große Alarmglocke, selbst wenn der Mitarbeiter ihnen entgegenkommen will, also sie kommen gehaltsmäßig nicht zusammen, sie sagen, das ist für mich jetzt nicht so relevant, was du früher gemacht hast. Selbst wenn der Mitarbeiter verzichten würde auf eine höhere Einstufung, wenn sie eine Kontrolle durch die Behörden haben, konkret eine Kontrolle durch die Gebietskrankenkasse im Hinblick auf Lohn- und Sozialdumping, dann würde ihnen das als falsche Einstufung gewertet werden, egal ob der Mitarbeiter damit einverstanden war oder nicht. Sie haben diese Vordienstzeiten erwähnt, jetzt ist es ja durchaus in der IT üblich, dass man wechselt zwischen Selbstständigkeit und unselbstständiger Tätigkeit, also konkret die Frage, wie schaut das aus, sind selbstständige Tätigkeiten als Informationstechnologi als Vordienstzeiten anrechenbar? Klare Antwort, nein. Ich darf das ein bisschen länger ausführen. Der Hintergrund ist der, dass der IT-Kollektivvertrag in der konkreten Bestimmung in diesem Paragraf 15 des IT-KV sagt, es geht um Tätigkeiten, die ich bei einem oder anderen oder mehreren Arbeitgebern verbracht habe. Das heißt, der IT-Kollektivvertrag erwähnt hier nichts von selbstständigen Zeiten, lassen wir mal außen vor, die Schwierigkeit, wie ich das Ganze nachweisen kann, reicht jetzt ein Sozialversicherungsauszug, müsste ich Aufträge bringen etc.? Also wie am Anfang gesagt, klare Antwort, selbstständige Zeiten sind nicht anzurechnen für die Einstufung. Gut, dann kommen wir zu den Einstufungskriterien im Detail. Herr Mag. Hitz, gibt es da so eine Faustregel für die Unternehmer? Ja, also die wichtigste Regel ist die, dass sich das Überwiegen in den Mittelpunkt stellen muss. Also der Kollektivvertrag sagt gleich am Beginn, wo er von den Einstufungsregelungen entspricht, es geht um den überwiegenden Teil, um aus dem KV zu zitieren, der durchgeführten Tätigkeiten, der ist maßgeblich. Was ist jetzt das Überwiegen? Wir wissen immer, Rechtsbegriffe sind ja dehnbar, auslegungsbedürftig. Überwiegen bedeutet in diesem Fall mehr als 50%. Ich muss im Extremfall mir aufdröseln, wie schauen die einzelnen Tätigkeiten des Mitarbeiters aus? Womit verbringt er seine Zeit? Wie viele Stunden ist er mit der einen oder anderen Tätigkeit beschäftigt und komme dann zu einem Überwiegen? Das Ergebnis kann sein, dass der Mitarbeiter durchaus Tätigkeiten in sehr vielen Tätigkeitsfamilien verrichtet oder Tätigkeiten in höherwertigeren Tätigkeitsfamilien. Wenn im Ergebnis aber dann herauskommt, mehr als 50% zum Beispiel in der ST1, dann ist das für mich die konkrete, richtige Tätigkeitsfamilie. Wichtig auch hier bitte wiederum, das ist eine zwingende Regel, auch hier wiederum, wenn Sie mit dem Mitarbeiter vereinbaren würden, einen Verzicht, ich kann ja niedriger eingestuft werden, das macht mir ja gar nichts aus, das ist nur zwischenmenschlich sozusagen möglich, rechtlich bringt das gar nichts und schlussendlich bei der Prüfung durch die GKK hätten Sie wieder einen Verstoß nach dem Lohnungsausfall. Also das Tauberwörtchen heißt überwiegend mehr wie 50% und dann erfolgt die Zuordnung zu der entsprechenden Tätigkeitsfamilie. Ja, was sind denn jetzt konkret die Unterscheidungsmerkmale dieser Tätigkeitsfamilie und können Sie uns da ein paar Beispiele nehmen? Gerne, also ich bin ganz unten oder beim Grundsatz, dass der IT-Kollektivvertrag die Stufen nach dem Inhalt der Tätigkeit ansteigend angeordnet hat. Also ganz unten bei den zentralen Tätigkeiten geht es primär um Hilfstätigkeiten, Tätigkeiten, wo ich sehr stark den Weisungscharakter im Vordergrund habe, Tätigkeiten, wo eben Selbstständigkeit noch überhaupt keine Rolle spielt und auch von der Grundkonzeption ein Auffangtatbestand für etwaige Arbeiter. Vielleicht, wenn ich da einen kurzen Side-Step machen darf, der IT-Kollektivvertrag hat seinen Geltungsbereich ja nur für Angestellte. Das heißt, Arbeiter wären im kollektivvertragsfreien Raum, müsste ich nicht anwenden. Wenn ich aber aus irgendeinem Grund sage, zum Beispiel die Reinigungskraft will ich dem KV unterwerfen, dann hätten wir hier die entsprechende Gruppe, wo ich einstufen könnte. Nach oben gehend wird eben die Tätigkeit immer spezieller, immer anspruchsvoller, wenn man das so sagen darf. Und die Tendenz der letzten Jahre ist die, dass man auch die niedrigeren Verwendungsgruppen, die niedrigeren Tätigkeitsfamilien für IKT-Tätigkeiten geöffnet hat. Warum? Technischer Fortschritt. Es ist nicht mehr so, dass überall, wo IT draufsteht, wo ein Computer dabei ist, das schon der hochspezialisierte Mitarbeiter machen muss. Und es gibt etwa schon in der ZT eben dieses Beispiel des einfachen Operatings, wo ein Mitarbeiter am Ende des Tages etwa anhand einer Liste überprüfen könnte, sind jetzt wirklich alle Datensicherungen, alle Protokolle übertragen worden, dann wäre ich hier in der ZT. Ein bisschen hinaufgehend dann in der AT haben wir auch dieses Beispiel mit der einfachen Softwareimplementierung, wo ich ein genau vorgegebenes Pflichten- und Lastenheft habe, keine selbständige Tätigkeit, aber schon mit einer IKT-Tätigkeit dort eingestuft werden könnte. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das einmal konkret durchspielen, sozusagen die einzelnen Stufen, ganz konkret auch anhand von Beispielen manifestiert. Wo sind jetzt also da die Unterschiede zwischen der AT und der ST1? Also zwischen AT und ST1 ist der größte Unterschied die selbständige Tätigkeit. Also rein am Text auch des Kollektivvertrages merkt man, dass hier plötzlich das Element selbstständig herzukommt. Hier habe ich Tätigkeiten, die mehr Verantwortung haben, in der Regel auch einer höheren Qualifikation bedürfen und für die ich in der Regel auch eine facheinschlägige Ausbildung benötige. Bitte, um da auch wieder kurz zurückzurudern, es ist nicht so, dass ich unbedingt die facheinschlägige Ausbildung brauche. Natürlich kann ich mir das auch selbst erlernen. Es ist umgekehrt auch nicht so, wenn ich eine habe, bin ich automatisch in der höheren Stufe, aber das sind die Erfahrungswerte, wo ich dann eher in die ST1 hineinkomme. Und im Hintergrund schwebt immer die Regel mit 50% und das Wörtchen überwiegend. So ist es. Bei dieser 1-Stufe. Dann gehen wir die nächste Stufe sozusagen hoch, nämlich die Stufe ST1 und ST2. Was sind da die Unterscheidungsmerkmale? Also hier haben wir rein textlich, auch wenn wir uns das kurz ansehen, eigentlich nur primär ein Wörtchen zur Unterscheidung, nämlich das Wörtchen besondere. Also besondere Qualifikation und oder besondere Verantwortung. Und in einem zweiten Schritt haben wir auch noch dabei die fachlichen oder personellen Managementaufgaben. Das heißt, am Papier ist es einmal, da freue ich mich ein, relativ schwierig zu sagen, was ist jetzt besonders, warum ist das jetzt plötzlich eine ST2. Aber das ist primär das einzige Unterscheidungskriterium zwischen diesen beiden Stufen. Also dieses Wörtchen, besondere Verantwortung und besondere Qualifikation. Herr Magister Hitz, vielleicht auch hier ganz konkrete Beispiele, an denen man das manifestieren kann. Genau. Vielleicht, wenn man noch einmal einen Schritt zurückgeht, also von den Tätigkeitsfamilien, wir haben ja gesagt, in der ZT, um hier den Faden noch einmal aufzunehmen, haben wir die sehr einfachen, eher Weisung unterliegenden Tätigkeiten. In der AT ändert sich das. Ein konkretes Beispiel vielleicht zur Unterscheidung von AT zu ST1 wäre etwa die Support-Tätigkeit. Also in der AT kann ich einen Mitarbeiter im einfachen Support einsetzen, der vor sich hat Listen, Fragen, genau vorgegeben, was fragt er den Kunden, wie geht er mit der Fragestellung um, was macht er, wenn die Antwort XY kommt. In der ST1 habe ich wiederum einen Support-Mitarbeiter unter Umständen, der aber schon Fragen mit höherer Komplexität beantwortet. Der bei einer Antwort dann schon eine selbstständige Lösung versucht zu finden, der dann auch sozusagen der ist, wo es hin eskaliert ist, unter Umständen auch schon die letzte Instanz in dieser Support-Kette. Das wäre einmal von unten beginnend AT zu ST1 die Unterscheidung. Und wenn man sich jetzt ST1 zu ST2 ansieht, dann würde ich gern diese zwei Teilbereiche der allgemeinen Beschreibung herausglauben. Also einerseits haben wir drinnen die fachlichen oder personellen Managementaufgaben, was bedeutet, das kann ein Mitarbeiter sein, der etwa ein Team von ST1 Mitarbeitern leitet, der ein Alleinstellungsmerkmal zusätzlich hat. Das heißt, der verfügt über besondere Skills, das ist ein Spezialist, der das kann, was sonst kein Programmierer oder Designer kann. Das kann ein Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung sein, der jetzt die Projektverantwortung übernimmt, der das Pflichtenheft erstellt und der gleichzeitig aber auch zusätzlich noch eine Budgethoheit hat. Das heißt, dieser Mitarbeiter ist der erste Ansprechpartner für den Kunden. Der Kunde kommt, hat einen Änderungswunsch und dieser Mitarbeiter sieht sich an, ist das erstens machbar? Zweitens, wenn es machbar ist, was bedeutet das finanziell? Und drittens, ist das von diesem Projektkosten auch noch gedeckt? Viertens, würde sich vielleicht sogar noch gleich noch darum kümmern, welcher konkrete Mitarbeiter setzt das um? Und der hätte, um in diesem Beispiel zu bleiben, jetzt ein Team an Entwicklern, die dann wiederum nach den vorher genannten allgemeinen Umschreibungen entweder in die SD1 oder in die AT einzustufen sind, je nachdem, wie sehr sie selbstständig tätig sind, wie sehr sie Verantwortung übernehmen, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist der Tätigkeit, die dann auszuführen ist. Also man muss sich wirklich damit beschäftigen, mit diesen Tätigkeitsfamilien, man muss sich wirklich auseinandersetzen damit und die entsprechende Sorgfalt hier walten lassen und nicht einfach nur kurz die Einteilung machen, sondern sich durchaus überlegen und noch einmal auch hier erwähnt, ich glaube, das ist nämlich wirklich sehr wichtig, nämlich dieses Überwiegen und dieses mehr als 50 Prozent, dann letztlich dann die Entscheidung, welcher Tätigkeitsfamilie es unterzubringen ist. Dann kann man da nur kurz einhaken, darf nämlich mit dem auseinandersetzen, bitte machen Sie das jedenfalls zu Beginn des Arbeitsverhältnisses. Also wir werden hier sicherlich viele Zuseherinnen und Zuseher haben, die schon laufende Arbeitsverhältnisse haben, die vielleicht auch jetzt noch einmal sagen, ich schaue mir das genauer an, aber primär ist es natürlich ein Thema am Beginn des Dienstverhältnisses. Es ist eine mühsame, es ist eine administrative Geschichte, Sie sind ein Unternehmer, Sie haben vermutlich andere Dinge auch noch, also sicher andere Dinge auch noch zu tun, aber wenn ich es am Anfang korrekt mache, erspare ich mir einen Rattenschwanz an Problemen, den ich später nicht mehr so leicht ausmache. Das ist sicher zu berücksichtigen. Gut, dann gehen wir vielleicht noch zur allerletzten und nämlich zur höchsten Stufe hinauf, nämlich die LT, nämlich diese Leitungsstufe. Jetzt haben wir schon gesagt, bei der ST2 sind schon besondere Verantwortungen und besondere Qualifikationen, also was sind denn die Kriterien, dass ich wirklich in der Leitungsstufe eingestellt werden kann? Wie jetzt unsere Umfrage schön gezeigt hat, ich komme sehr schwer in die Leitungsstufe. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben wir dort ja keine Rückmeldung bekommen, dass bei unseren Zuseherinnen und Zusehern jemand in der Leitungsstufe wäre. Ist die Erfahrung, die wir machen, wann komme ich in die Leitungsstufe primär in sehr großen Betrieben und zwar dann, wenn ich noch eine Zwischenhierarchie aufgebaut habe. Das heißt, da habe ich ganz oben die Geschäftsführung, den Vorstand, dann habe ich darunter meine normalen Mitarbeiter sozusagen oder Abteilungsleiter und dazwischen hätte ich noch jemanden, der dazwischen geschaltet ist. Bitte nicht den Fehler machen, das kommt oft in der Beratung das Thema, dass ein Mitarbeiter sagt, ich leite ja, ich habe Mitarbeiter, ich bin in einer Leitungsfunktion. Darum geht es nicht in dieser Stufe. Es geht auch nicht um die Definitionen des Arbeitszeitgesetzes oder Arbeitsverfassungsgesetzes, wo wir ja auch einen leitenden Angestellten kennen. Hier habe ich wirklich einen Mitarbeiter, der wie gesagt ein bisschen so Stellvertretungsfunktion für einen vielleicht ein bisschen weiter wegsehenden Geschäftsführer oder Vorstand übernimmt. Wer könnte das sein? Etwa der Leiter eines Entwicklungsbereiches, der darunter wiederum viele Teams, Abteilungsleiter hat, die ihm direkt berichten und die gar nicht in die Ebene hinaufkommen zum Vorstand, zur Geschäftsführung. Wie gesagt, in der Praxis oftmals, also nicht so häufig vorkommend, wenn dann oftmals auch ein Zuckerl für langgediente Mitarbeiter, die man dort nicht einstufen müsste, aber wo man dann sagt, gut, du bist jetzt 15 Jahre bei mir, hast alle Stufen durchlaufen, aus optischen Gründen stufe ich dich dort jetzt ein. Da stellt sich für mich eine Frage, die aus der Praxis kommt, kürzlich hat mich jemand angerufen, mit dem ich das durchgegangen bin, diese Tätigkeitsfamilien und das Mitglied dann gesagt hat, naja, das ist also wirklich schwierig und was ist es überwiegt und könnte ich ihn da und dort und dann hat er von sich aus gesagt, naja, bevor ich mir das jetzt antue und das Damoklesschwert, das sozusagen, das Lohn- und Sozialdumpinggesetz, dann stufe ich ihn halt einfach automatisch höher ein und dann habe ich das Problem nicht. Ist das wirklich eine Lösung? Aus meiner Sicht, nein. Es wird Fälle geben, wo ich im Zweifel bin, wo ich sage, das steht auf des Messers Schneide und bevor ich irgendwann einmal eine Gerichtsentscheidung bekomme, sage ich von mir aus in dem Fall, das ist budgetär noch drinnen, das kann ich irgendwie argumentieren, dass ich meinem Mitarbeiter Höherstufe. Präventiv Höherstufen würde ich jedenfalls vermeiden. Warum? Erstens aus psychologischer Sicht, Sie kennen das, dass der Mitarbeiter ja immer auch einen gewissen Entwicklungsschritt haben möchte, ich habe hier relativ eingeschränkte Vorrückungsstufen, ich habe eine sehr schlanke Tätigkeitsfamilienstruktur, das heißt der Mitarbeiter ist sehr schnell am Plafond oder ist schon wo eingestuft, wo er eigentlich gar nicht hineingehören würde. Aus Sicht des Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetzes habe ich das zweite Problem, nämlich, dass ich mir ein Schlupfloch sozusagen wegnehme. Warum ein Schlupfloch? Das Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz stellt auf die Einstufung ab und sagt, alles, was du überzahlst, kann dir angerechnet werden, wenn wir in irgendeiner Form auf eine Unterzahlung drauf kommen. Wenn ich jetzt aber meine Mitarbeiter automatisch höher einstufe, ist die Berechnungsbasis natürlich eine viel größere und meine Luft sozusagen in der Diskussion, ich habe vielleicht doch nicht unterbezahlt, ist weg. Das heißt, im Zweifelsfragen könnte es manchmal, sehr juristisch, das fünfmal abgesichert, der Fall sein, dass es sich auszahlt, in der Regel aber bitte nicht. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, hier da nicht vorzupreschen sozusagen und den Arbeitnehmer einfach höher einzustellen, im Glauben oder vielleicht auch im Irrglauben, dass einem da nichts passieren kann. So, wir hätten den ersten Themenblock abgeschlossen und die Regie hat mir eine Chat-Anfrage von Ihnen eingespielt, Leitender Angestellter, wie wird die kollektivvertragliche Entlohnung überprüft, wenn keine auf Arbeitsaufzeichnungen geführt werden, Klammer auf, müssten. Aber wie ist der Hitze? Ja, also eine sehr komplexe Frage, also ich würde jetzt den Rahmen sprengen, um auf alle Teilaspekte hierher zu gehen. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu, was wird hier angesprochen? Wenn ich einen Leitenden Angestellten nach dem Arbeitszeitgesetz habe, wird, wie hier schon in der Frage drinnen steht, laut Gesetz ist es nicht notwendig, dass ich Arbeitszeitaufzeichnungen führe. Jetzt haben wir natürlich das Thema, wie prüfe ich dann den KV, wenn es eben um Überstundenleistungen etc. geht. Dann würden die Behörden ja sagen, du bist eingestuft, du hast so und so viele Überstunden gemacht. Es ist ein bisschen eine Diskussionsfrage, ob jetzt der Leitende Angestellte im LSDBG speziell zu behandeln ist oder nicht. Ich würde gerne diesen Punkt vielleicht mit der Fragestellerin konkret schriftlich nachreichen, weil es gäbe hier noch ein paar Zusatzfragen, die ich gerne stellen würde. Erstens ist es aus der Vergangenheit schon so, dass es passiert ist, es ist ein Zukunftsthema und dann kann ich hier wirklich auf den Punkt kommen, was ja auch der Kern unserer heutigen Session sein soll. Genau. Ich denke, dass die Anfragerin damit einverstanden wird. Wir verpflichten uns natürlich Ihnen diese Antwort spätestens nächste Woche, das haben wir miteinander besprochen, spätestens nächste Woche bekommen und der Kollege wird sich mit Ihnen diesbezüglich noch in Verbindung setzen, wenn es um die konkrete Fragestellung dann noch geht oder nach Fragen hinterfragt werden müssen sozusagen. Gut, meine Damen und Herren, damit haben wir den ersten Themenblock abgeschlossen und wir kommen zum zweiten Themenblock, nämlich diese doch sehr spezifischen Bestimmungen im ITKV, was die Ist-Gehaltsregelung anbelangt und die KV-Gehaltsregelung anbelangt. Herr Magister Hitzer, was gibt es da für Besonderheiten im ITKV? Man muss zunächst unterscheiden im Kollektivvertrag zwischen der normalen KV-Erhöhung und der Ist-Erhöhung. Wenn Sie einen Überblick über mehrere Kollektivverträge haben, werden Sie ja wissen, das ist in jedem KV ein Thema, habe ich jetzt die eine oder die andere Variante, der IT-Kollektivvertrag sagt grundsätzlich einmal etwas dazu zur Erhöhung der Mindestgehälter. Das heißt, ich muss mir meine Mitarbeiterstruktur ansehen, habe ich Mitarbeiter, die genau am KV sind oder habe ich Mitarbeiter, die überzahlt sind. Im heurigen Jahr gibt es ja wieder einen Abschluss mit 01.01.2016, ausnahmsweise bitte Vorsicht rückwirkend, es waren ja eher intensivere und längere Verhandlungen, die erst dann im Februar zu Ende gebracht werden konnten, bitte Vorsicht rückwirkend mit 01.01.2016. Allfällige Erhöhungen, das wurde auch ausdrücklich hineingeschrieben, also wenn Sie bereits mit 01.01.2016 eine Erhöhung gegeben haben, aus welchen Gründen auch immer, dann können Sie diese anrechnen, also Sie müssen nicht noch einmal auf eine allfällige Erhöhung etwas drauflegen. Das Spezifikum dieses Kollektivvertrages ist jetzt die Ist-Erhöhung, nicht weil sie eine Ist-Erhöhung an sich ist, sondern weil sie anders strukturiert ist als die, die man in der Regel kennt. Erstens einmal, es gibt keine Aufrechterhaltung der Überzahlung. Zweitens, es gibt kein Gießkannenprinzip und das ist eigentlich der große Benefit für die Mitglieder, dass ich mit dieser Ausschaltung des Gießkannenprinzips wirklich Leistungsträger stärker belohnen kann und hier betriebsintern meinen Topf ganz einfach, wie ich will, verteilen kann. Umsetzung spätestens mit 01.07.2016 und noch die große Besonderheit, es gibt diverse Ausnahmen von der Ist-Erhöhung, die in der Form eigentlich auch nur der IT-Kollektivvertrag kennt. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber wir haben auch hier eine Umfrage eingebaut und ich darf nun die Regie suchen, die Fragen für Sie und für uns hier im Studio einzublenden. Hier sind Sie schon. Haben Sie 2015 von den Ausnahmebestimmungen der Ist-Erhöhung Gebrauch gemacht? Wenn ja, und jetzt kann ich das nicht weiterlesen, Sie sehen, das ist alles live, weil das abgeschnitten ist von mir, treffen Sie eine Wahl. Das ist das Entscheidende. Erstens diese 10% Neun-Personen-Klausel, die 15% Einmalzahlung, beide. Oder haben Sie keiner dieser Ausnahmemöglichkeiten genutzt? Bitte stimmen Sie hier mit ab. Wie gesagt, es ist nicht erforderlich, dass Sie jetzt in Ihren Unterlagen nachgraben, wie Sie das gemacht haben, sondern einfach gefühlsmäßig auf die Schnelle, wo haben Sie diese Ausnahmebestimmungen bereits angewendet und das Ergebnis ist ganz klar, Sie haben keine Ausnahme genutzt, das ist der überwiegende Teil. Und wenn, dann war es diese 10% oder diese Neun-Personen-Klausel überrascht. Ja, überrascht von der sehr hohen Zahl, die keine Ausnahme genutzt haben, wobei wir jetzt hier bei dieser Fragestellung natürlich nicht im Detail darauf eingegangen sind, ist unser Publikum jetzt wirklich erfasst, wo wir wahrscheinlich jetzt dann noch dazukommen von der Ist-Erhöhung oder nicht. Das würde diese hohe Zahl an Nicht-Ausnahmen begründen. Sonst wäre es ein Thema, wo man sagen müsste, dann muss man nachgehen. Ist es zu kompliziert? Ja, es ist kompliziert. Es gibt nur leider irgendwie keine andere rechtlich sichere Variante. Also insofern ein bisschen etwas anderes, als wir aus den sonstigen Umfragen gehen. Okay, aber das könnte davon abhängen, wie die Konstellation der Zuschauer heute ist. Gehen wir zu diesen Ausnahmebestimmungen, machen wir das konkret. Was gibt es da für Ausnahmebestimmungen, wie geht man damit um? Und die Frage, die sich da immer stellt, gilt das immer nur für die großen Betriebe? Also diese Frage habe ich auch schon sehr oft gehört und ich versuche, das jedes Mal auszuräumen, diese Sorge oder diese Frage. Der Kollektivvertrag kennt eine Reihe von Ausnahmebestimmungen und die wichtigste ist, dass bis zu 10 Prozent aller Arbeitnehmer von der Ist-Erhöhung ausgenommen werden können. Und der zweite Teilsatz, der immer wieder für Schwierigkeiten oder für Verständnisschwierigkeiten sorgt, ist, ich habe es hier noch einmal auf den Punkt gebracht, nämlich, ich kann immer neun Arbeitnehmer ausnehmen. Das heißt, egal was das Ergebnis ist, was bei den 10-Prozent-Berechnungen herauskommt, es sind immer neun Arbeitnehmer, die ich ausnehmen kann, wodurch ich jetzt auf die Antwort Ihrer Frage komme, Kleinbetriebe natürlich sind erfasst und gerade die können davon profitieren, weil Kleinklensbetriebe bis zu neun Arbeitnehmer sich überhaupt keine Sorgen mehr um die Ist-Erhöhung machen müssen, weil ganz einfach eben bis zu neun ausgenommen werden können. Da kann ich freiwillig natürlich Ist-Erhöhungen geben, aber ich bin gesetzlich kollektivvertraglich nicht dazu verpflichtet. Darüber hinaus kann ich dann weitere 15 Prozent ausnehmen, wenn ich diesen eine Einmalzahlung gewähre. Einmalzahlung hat den Charme, dass ich keine laufende Erhöhung über die Jahre mitnehme. Einmalzahlung hat den Charme, dass sie auch von der Höhe her jetzt nur die Hälfte des Erhöhungssatzes der Ist-Erhöhung beträgt. Das heißt, im heurigen Jahr, muss ich kurz nachlesen, sind es 0,67 Prozent des Jahreseinkommens, also 14 Mal das Monatsgrundgehalt. Das heißt, in Summe kann ich bis zu 25 Prozent meiner Mitarbeiter von der Ist-Erhöhung ausnehmen. Und um das noch einmal zu betonen, das ist so wichtig, das kann man gar nicht oft genug sagen, Kleinbetriebe, Kleinstbetriebe bis zu neun Arbeitnehmer sind gar nicht davon betroffen von dieser Ist-Erhöhung. Wichtige Botschaft. Haben Sie da ganz konkrete Beispiele auch für uns, wo wir das Ding festmachen können, dass man das besser verstehen kann? Also ich darf zunächst verweisen auf die Homepage des Fachverbandes unter ubit.at slash IT-Kollektivvertrag, da finden Sie nicht nur den aktuellen Text des IT-Kollektivvertrages, sondern auch Musterbeispiele zur Berechnung, ein Berechnungssheet, wo Sie in eine Excel-Tabelle eingeben können, wie viele Mitarbeiter habe ich, was kommt sozusagen schlussendlich raus bei meiner Berechnung. Und zusätzlich auch noch an dieser Stelle, ist zwar jetzt nicht unser primäres Thema, aber haben Sie auch den Link zu einem Online-Kommentar zum IT-Kollektivvertrag, wo Sie viele Zweifelsfragen relativ rasch hoffentlich klären können. Die zwei Kurzbeispiele, die ich für Sie vorbereitet habe, lauten wie folgt. Im ersten Beispiel haben wir in Summe 20 Arbeitnehmer, davon sind 10 genau am Mindestgehalt, 10 sind Ist-Bezieher. Wie vorher gesagt, bis zu 9 Angestellte können jetzt, ohne dass ich auf die 10% achte, sofort ausgenommen werden von der Ist-Erhöhung. Das heißt, ich bleibe dann bei insgesamt 11 Angestellten, die ich mir anschauen muss. Dann nehmen Sie die Gehaltssumme her, das ist im Kollektivvertrag relativ lang beschrieben, aber Sie schauen sich jetzt wirklich an diese 11 Angestellten, welche Gehaltssumme hatten die damals im letzten Jahr, und zwar im Oktober 2015. Welche Gehaltssumme haben die im Juli 2016? Und die Differenz, die herauskommt, müsste den Erhöhungsbetrag der Ist-Erhöhung ergeben, nämlich die 1,34%. Der Vorteil in diesem Beispiel ist der, dass Sie ja bei den Mindestbeziehern bereits mit 01.01.2016 um 1,39% erhöhen mussten. Also das ist immer der Abschluss, dass der Mindestsatz höher angehoben wird als der Ist-Satz. Das heißt, in unserem konkreten Beispiel hätten Sie durch die Mindestbezieher bereits alles aufgeteilt, was Sie aufteilen müssen, und wäre keine weitere Erhöhung mehr notwendig. Das ist bitte auch ein wichtiger Punkt, der gelegentlich vergessen wird. Das zweite Kurzbeispiel wäre, wenn Sie nur 4 Mitarbeiter auf Mindestkollektivvertrag eingestuft haben, dafür aber 15 Angestellte auf Ist, also in Summe haben Sie dann 19 Mitarbeiter, dann gehen wir zunächst wieder einmal so vor, dass wir 9 Arbeitnehmer sofort ausnehmen, kommen eben auf diese 10, die übrig bleiben, betänen wiederum dasselbe Spiel, 1,34% muss ich die Gehaltssumme erhöhen. Auch wiederum dasselbe Spiel, ich schaue mir an, was haben die Mindestbezieher bereits bekommen, diese Differenz ziehe ich ab, und die offene Differenz muss ich dann auf die verbleibenden Ist-Bezieher, und zwar sind das in dem Beispiel nur mehr 6 Personen, aufteilen. Alternativ könnte ich dann auch noch Gebrauch machen von der zweiten Regelung, nämlich den 15% der Einmalzahlung, und Sie sehen dann, welches konkrete Ergebnis hier herauskommen würde. Ich schaue immer nach, dass ich Ihnen nichts Falsches sage, weil es doch relativ viele Zahlen sind. Das wären dann eben die restlichen Angestellten 8, und dann wären nur mehr insgesamt 4 Mindest-Ist-Bezieher, die erhöht werden müssten. Das Ganze jetzt relativ kursorisch und schnell, aber ich glaube, an diesen Beispielen sieht man schon einmal die wichtigsten Grundsätze der Erhöhung. Ja, es ist durchaus so ein bisschen komplex, und man muss sich dann mit diesem Thema natürlich auseinandersetzen, aber vielleicht noch ein Zusatz, es ist schon spannend, dass für den Unternehmer da eine ziemlich große Flexibilität eingeräumt wird. Er kann also seine Mitarbeiter durchaus fördern, oder vielleicht nicht so fördern, und das einmal vorsichtig ausdrücken, das gibt es ja vergleichsweise in anderen Kollektivverhältnissen, da sind uns einige, glaube ich, neidisch darum, dass wir so eine Regelung, eine relativ flexible Regelung, wenn sie auch komplex sein mag, in unserem ITKV dort haben. Also das darf man nicht vergessen, bei all der Schelte, die wir auch immer bekommen haben, zum Thema Komplexität, von dem mache ich ja gar nicht Gebrauch, das versteht ja keiner, es muss leider so komplex sein, aufgrund der rechtlichen Vorgaben, und das Zweite eben, wie Sie gesagt haben, das gibt es in dieser vergleichbaren Form nirgendwo anders. Und ein weiterer Benefit, den ich habe, wie Sie gesagt haben, die guten fördern, die schlechten, ja, vielleicht nicht so fördern, der Kollektivvertrag kennt auch keinen Mindestbetrag. Das heißt, ich bin nach unten offen, wie viel ich meinen Mitarbeiter gebe, das ist eine langjährige Forderung der Gewerkschaft, dass zumindest 30, 40, 50 Euro als Mindestbetrag meiner Mitarbeiter als Ist-Erhöhung gegeben werden soll, gegeben werden muss. Das konnte bis jetzt immer abgewehrt werden, und wie gesagt, unternehmerische Freiheit, wie ich es gestalte. Eine Frage noch zum Abschluss zu diesem Thema, Sie haben ja schon erwähnt, die Kollektivvertragsverhandlungen haben sich heuer ein wenig hinausgezögert, es war nicht so einfach, mit der Gewerkschaft auf gleich zu kommen. Eine Frage, die in der Praxis immer wieder auftaucht, ist jetzt diese Ist-Erhöhung spätestens mit 01.07.2016 umzusetzen. Gilt das jetzt auch rückwirkend? Weil der Kollektivvertrag, die KV-Gehälter werden ja rückwirkend sozusagen. Ja, ich nicke zwar mit dem Kopf, aber die Antwort ist nein. Hier haben wir den großen Unterschied zwischen den Ist-Beziehen und den Mindest-Beziehen. Die Ist-Erhöhung ist wirklich spätestens erst mit Wirkung 01.07.2016, das heißt mit dem Juli-Gehalt umzusetzen, und ich muss hier rückwirkend nichts aufräumen. Das heißt, ich kann die Erhöhung bis dorthin aufschieben, ohne Konsequenzen für die Vergangenheit. Sie können natürlich sagen, Benefit für den Mitarbeiter, ich erhöhe bereits im Jänner, im Februar, im März, wann auch immer. Sie müssen aber nicht, 1. Juli, also Juli-Gehalt ist ausreichend. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit wäre der zweite Themenblock, den wir hier abschließen können. Es ist eine Frage über den Chat hereingekommen. Vielleicht lesen wir es gemeinsam, wenn ich überbetrieblich bezahle, muss ich dann bei einer Erhöhung der Vorrückungsstufe in gleicher Höhe überzahlen, oder kann ich hier laut Kollektivvertrag bezahlen? Also es geht offenbar darum, dass, da gehe ich vielleicht bei den Folien noch einmal kurz zurück, um hier ein Beispiel machen zu können, nämlich über die Übersicht, die wir ganz am Anfang hatten. Ich muss schauen, ob die Regie, ob das mithüpft. Ja genau, da haben wir schon. Einstufung Schema IT-Kollektivvertrag. Machen wir das Beispiel, der Mitarbeiter wäre in der AT in der Regelstufe eingestuft, würde 2.219 Euro mindestens bekommen müssen. Er bekommt konkret von mir aus 2.400 Euro. Und die Frage stellt darauf ab, wenn er jetzt in die Erfahrungsstufe mit 2.689 kommt, muss ich dann diese Überzahlung in meinem Beispiel von 181 Euro mitnehmen oder nicht? Nein, muss ich nicht mitnehmen. Wir haben zwar an einer anderen Stelle noch eine Regelung, den sogenannten Weiterqualifizierungsbonus, wo ich eine ähnliche Regelung habe, aber da geht es um die Vorrückung von einer Tätigkeitsfamilie in die nächste. Aber wenn ich innerhalb derselben Tätigkeitsfamilie bleibe, nein, dann kann hier die Überzahlung aufgefressen, angeknabbert, was auch immer werden durch diese Vorrückung. Danke für die Beantwortung dieser Frage. Und an dieser Stelle sei noch einmal betont, dass Sie diese Frage dann oder die Antworten dazu zu Ihrer Frage dann auch noch schriftlich nachgereicht bekommen nächste Woche. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben im Vorfeld der Bewerbung dieses Webinars Ihnen auch die Möglichkeit gegeben, dass Sie außerhalb dieser beiden Themenblöcke Fragen an uns richten können. Und da sind einige Fragen aufgetaucht, die vielleicht auch allgemein von großem Interesse sind. Wir haben uns sozusagen auch hier auf die wesentlichen Fragen beschränkt, wo wir glauben, dass Sie über den Einzelfall hinaus eine große Bedeutung haben. Da ist eine Frage aufgetaucht, Herr Magister Hitz, und zwar wie mit diesen Mehrstunden umzugehen ist. Also wenn ich von 38,5, das ist ja momentan die Regelarbeitszeit, 38,5 Stunden, wenn ich das auf 40 Stunden ausweite, wie müssen diese Mehrstunden zwischen 38,5 und 40 abgegründet werden. Ich hole ein Stück weiter aus, weil der Begriff der Mehrstunde kommt ja eigentlich aus der Teilzeitarbeit, wo ich sage, der Mitarbeiter hat eine Normalarbeitszeit, die vielleicht 20, 30 Stunden beträgt und muss außerturlich mehr arbeiten. Und da habe ich seit einigen Jahren ja eine gesetzliche Regelung, dass diese Stunden mit 25 Prozent Zuschlag zu entlohnen sind. Unter Umständen kann ich dem entgehen, da gibt es ein paar Ausnahmen, würde jetzt den Rahmen sprengen. Der IT-Kollektivvertrag sieht eben diese 38,5 vor und hat eine zweite Klausel drinnen, nämlich im Hinblick auf die Definition der Überstunde, aus der man streng genommen lesen muss, alles was über 38,5 hinausgeht, oder 38,5 bis zu 40, sind per Definition des Kollektivvertrages bereits Überstunden. Bevor Sie jetzt alle aufschreien und sagen, das habe ich noch nie so gemacht, die Einschränkung, das wäre wirklich nur, wenn Sie kein spezielles Arbeitszeitmodell gewählt hätten. Das heißt, wenn Sie eine Gleitzeit oder das Gleitzeitkontomodell oder Durchrechnung oder Ähnliches gewählt haben, dann kommen Sie in die Thematik vermutlich nicht oder nur in sehr seltenen Ausnahmefällen, weil in diesen Fällen ich ja eine Durchrechnung und eine Dahl- und Wellenstundenzahl habe. Das heißt wirklich nur, wenn Sie kein Modell gewählt haben, 38 auf 40 ist eine Überstunde, aber in den meisten Fällen, Gleitzeit etc. ist das kein Thema. Okay, danke. Dann hat sich noch eine Frage ergeben und zwar bei diesen All-In-Verträgen, da gibt es ja auch eine neue Regelung, die waren ja kürzlich auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden, von der Gewerkschaft angesprochen worden und da war die Frage, kann eben der KV Mindestgehalt als Grundlohn angenommen werden? Die Änderung, die Sie angesprochen haben, betrifft All-In-Klauseln, die ab 01.01.2016 abgeschlossen worden sind. Das heißt, wenn ich noch eine alte All-In-Klausel habe, gilt die alte Rechtslage und die alte Judikatur. Diese besagt, wenn ich nichts vereinbart habe als Grundlohn, dann gilt im Zweifel das kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt als Grundlohn. Vorsicht aber bitte, eben bei Vereinbarungen ab 01.01.2016 gilt das nicht mehr, sondern das Gesetz sagt, fehlt so eine Vereinbarung, dann, jetzt wird es relativ sperrig, stellt man auf vergleichbare Arbeitnehmer in vergleichbaren Betrieben ab, was haben die als Mindestgehalt? Und das wird in der Regel höher sein als das kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt. Das heißt, bitte Vorsicht, wie Sie es schon betont haben, da war die Gewerkschaft sehr dahinter, aufpassen, wenn Sie eine solche Vereinbarung neu abschließen, dann jedenfalls festlegen, was ist das Grundgehalt und ja, ich kann hier den KV als Basis nehmen. Jetzt hat uns noch eine Zuschauerin eine Frage hereingeschickt, die geht nochmal auf diese Einstufung der Mitarbeiter zurück. Wird eine absolvierte höhere Schulausbildung oder Studium als Vordienstzeit angerechnet? Nein, wird nicht angerechnet. Also wir haben wirklich, wir gehen nur von Tätigkeiten aus, es geht in diesem Kollektivvertrag nicht um Qualifikationen. Wir haben zwar in der Umschreibung der Tätigkeitsfamilien zwei-, dreimal erwähnt, das Thema Ausbildung, man kennt auch den Begriff des Weiterqualifizierungsbonus, aber diese Frage konkret, nein, wird nicht angerechnet. Das kann angerechnet werden im Rahmen zum Beispiel des Urlaubsgesetzes für die sechste Urlaubswoche, für ein separates Thema, aber für die Einstufung nein. Gut, dann haben wir, ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben 45 Minuten, da gehen sich noch zwei kurze Fragen aus, wir möchten sie nämlich auch nicht überstrapazieren. Da ist eine Frage hereingekommen, was die Vergütung bei diesen passiven Reisezeiten anbelangt, was ist da erlaubt und wie ist der Kollektivvertrag hier zu interpretieren bei den passiven? Erklären Sie mal ganz kurz, was sind passive Reisezeiten? Auch hier muss man etwas weiter ausholen, der Begriff der Reisezeiten geistert ja irgendwie immer wieder so herum, unterschieden wird in aktive Reisezeiten, das heißt, das sind Zeiten, wo ich am Steuer eines Flugzeugs, das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut. Nein, das wäre selten passiert. Am Steuer eines BKWs sitze, natürlich ist auch die Fliegerzeit aktiv, aber eher Tätigkeit, also am Steuer eines BKWs oder wo ich im Flugzeug sitze und aktiv an einer Präsentation an der Lösung eines Problems arbeite und passive Reisezeiten sind in der Regel jene, wo ich keine Arbeitsleistung erbringen muss. Also der Mitfahrer in einem BKW, der Mitfahrer im Zug und schlussendlich um das Flugzeug noch einmal zu strapazieren, der Passagier im Flugzeug. Und der Kollektivvertrag kennt eine spezielle Regelung für aktive Reisezeiten, wo er sagt, wenn die außerhalb der Normarbeitszeit stattfinden, darf ich ausnahmsweise eine geringere Entlohnung meinem Mitarbeiter geben. Also bin ich nicht in der Überstunden-Thematik drinnen, sondern kann das Ganze eins zu eins abgelten. Bei den passiven Reisezeiten verweist der Kollektivvertrag auf die Notwendigkeit einer Vereinbarung. Das heißt hier der dringende Ratschlag an die Firmen, wenn sie oftmals dieses Thema haben, bitte machen sie mit ihren Mitarbeitern eine Vereinbarung, wo klar geregelt ist, wie werden diese passiven Reisezeiten vergütet? Wird das Ganze eins zu eins vergütet? Wird es vielleicht noch geringer vergütet? Weil hier habe ich laut der Judikatur und laut der Lehre einen großen Spielraum, wo ich, das ist jetzt die Meinung von Professor Schrank, damit ist er ziemlich alleine, aber ich sage es ergänzend, sogar bis auf null heruntergehen kann. Also der ist der Meinung, eine passive Reisezeit, wenn ich im Flugzeug drinnen sitze, muss ich gar nicht bezahlen. Wir müssen halt schauen, wie sie mit dem Mitarbeiter klarkommen, was sozusagen die Schmerzgrenze ist und wie motiviert er. Ja, genau. Na, vielen Dank. Dann haben wir noch eine allerletzte Frage, vielleicht ganz kurz, bei der Frage könnten wir wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren. Dabei ist nämlich die Frage eines Mitgliedes gekommen, wie erfolgt am besten die Umstellung von den alten Dienstverträgen, also Tätigkeitsfamilien gegeben hat, auf neue Verträge im Rahmen des aktuellen ITKVs. Nämlich auch die Frage, alt auf neu, was sind denn so die wesentlichen Punkte, die man da beachten sollte? Also der erste Punkt ist, Sie finden auf der Seite wko.at unter dem Bereich Arbeitsrecht, beziehungsweise auch auf der Seite der Fachgruppe, beziehungsweise des Fachverbandes Musterdienstverträge. Also das sei Ihnen wirklich ans Herz gelegt, dass Sie sich dort einmal reinklicken, einen Musterdienstvertrag, der speziell eben für die IT-Branche ausformuliert wurde, mit Beachtung der kollektivvertraglichen Besonderheiten. Wenn Sie jetzt eben das Thema haben, Sie hatten bis jetzt noch keinen Vertrag oder einen, wo eben genau diese Einstufungsthemen gefehlt haben, dann bitte so schnell als möglich einen neuen machen mit ein bisschen Risiko. Wenn Sie nämlich aus der Vergangenheit eine Diskussion bezüglich der Einstufung haben, dann bitte machen Sie nicht den Fehler, dass Sie sagen, mit Stichtag X stelle ich es jetzt richtig, mit Stichtag, was haben wir heute, 12. April mache ich es jetzt alles völlig richtig und räume sogar ein, in der Vergangenheit habe ich den Mitarbeiter falsch eingestuft. Warum sollten Sie das nicht machen? Weil der Mitarbeiter dann natürlich aus der Vergangenheit noch Ansprüche geltend machen könnte oder wiederum die Gebietskrankenkasse oder die Finanz, die hier Differenzzahlungen von Ihnen verlangen könnten. Wenn Sie so ein Thema haben, bitte nehmen Sie Rechtsberatung in Anspruch und machen auch in irgendeiner Form eine Vergleichsvereinbarung, wo festgehalten wird, dass alle offenen Ansprüche ausgeräumt sind. Sonst, wie gesagt, nur der dringende Rat, bitte so schnell als möglich das korrekt machen und vielleicht in einer Präambel noch betonen, dass man sich gemeinsam die Tätigkeiten angesehen hat, dass der Mitarbeiter wirklich ausdrücklich damit einverstanden ist, dem zustimmt etc. Ja, vielen Dank. Vielleicht auch noch der Hinweis in diesem Zusammenhang, Sie haben es jetzt erwähnt, machen Sie solche Dinge nicht selbstständig und aus dem Gefühl heraus, sondern nehmen Sie da Unterstützung in Anspruch. Es sind die Bezirkstellen bei uns in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die Ihnen für alle Arbeitsrechtsfragen zur Verfügung stellen. Sie können auch uns fragen in der Fachorganisation. Wir sind Ihnen da gerne behilflich, wenn es sich um derart komplexe Dinge handelt. Zahlt es sich jedenfalls aus, Fachleute hinzuzuziehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schaue auf die Uhr. Wir haben 52 Minuten für dieses Webinar bereits verbraucht. Das ist, wir lieben genau in der Zeit. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir Ihnen nächste Woche sowohl den Inhalt dieses Webinars sowohl bildlich als auch zum Nachlesen zur Verfügung stellen werden. Es werden alle Chatfragen, die vielleicht auch noch kommen, werden auch noch schriftlich beantwortet. Ich danke Ihnen sehr herzlich seitens der UBIT Niederösterreich, dass Sie bei diesem Inaugurations-Webinar, dieses erste Webinar mit dabei waren. Vielen Dank, dass Sie sich hier zugeschaltet haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle ganz besonders bei unserem Experten, bei dem Magister Wolfram Hitz, dass Sie uns heute hier im Studio live für Ihre Fragen zur Verfügung gestanden sind. Vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich, ich schaue auf die Uhr, Mahlzeit und noch einen schönen und erfolgreichen Nachmittag. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke sehr. Danke.